Hallihallo ihr Lieben! Ich zeige euch heute meine Top 5 Produkte unter 5 Euro. Und das ist ja momentan auch sowas, was über YouTube oder durch YouTube geistert. Jedenfalls geht es darum, 5 Produkte zu zeigen, die vom Preis her unter 5 Euro liegen. Ja, und ich sag von vornherein, es ist ein bisschen geschummelt bei mir, weil ich mich sehr schwer getan habe. Also ich konnte mich manchmal nicht entscheiden. Deswegen sind es bei einer Kategorie, ja, 2 Produkte sozusagen. Aber ich fange einfach mal an und ich könnte wahrscheinlich 5, 6, 7 Videos zu dem Thema machen, weil es so viele gute Produkte unter 5 Euro gibt. Aber ich habe jetzt, ja, mich für diese hier entschieden. Und ja, das sind wahrscheinlich alles Produkte, die ich schon mal in irgendeinem Video erwähnt habe. Aber ja, ich konnte jetzt nicht neue nehmen. Das wäre ja auch sehr unauthentisch irgendwie. Und ich gehe davon aus, dass nicht jeder jedes Video sieht und vor allem die alten halt. Und deswegen zeige ich euch jetzt, ja, trotzdem die Produkte, auch wenn ich sie schon ein paar Mal in die Kamera gehalten habe. Wie auch immer. Ich fange an mit einer meiner Lieblingskategorien und das ist Lidschatten. Und da sind meine Favoriten unter 5 Euro diese Catrice Lidschatten. Und zwar sind das die Liquid Metal Lidschatten. Nicht die normalen aus dem Standardsortiment, sondern die Liquid Metal Lidschatten. Und ich habe diese beiden Farbnuancen. Und jetzt ist wieder die Autofokus-Sache. Also ich hoffe, es klappt. Wie gesagt, ich habe da ja meine Probleme. Ich erkenne das ja im Display nicht, ob das so funktioniert. Jedenfalls habe ich einmal die Farbe Golden Roses. Und die habe ich jetzt auch schon hundertmal gezeigt. Aber ich swatche sie euch trotzdem, weil ich sie so sehr liebe. Und ja, die finde ich wirklich gut. Die sind sehr buttrig weich. Die krümeln zwar ein bisschen, aber wie gesagt, ich schminke mein Augen-Make-up immer zuerst. Und deswegen, ja, kann ich das dann einfach wegwischen. Und die sind halt wirklich super pigmentiert. Ich habe jetzt hier nochmal die Farben so im Fändchen. Und jetzt hier nochmal geswatcht. Und ja, da sieht man es auch schon. Also wie gesagt, sie krümeln ein bisschen. Aber sie sind halt wirklich super pigmentiert, super von der Farbe. Und ich wollte mir auch noch einen Liderton kaufen. Das habe ich jetzt auch schon hundertmal gesagt. Aber der ist immer ausverkauft. Ich weiß nicht, ob mein DM das einfach gar nicht nachfüllt oder ob der wirklich immer ausverkauft ist. Jedenfalls, ja, muss ich da mal dranbleiben, weil der echt schön ist. Und ich weiß zwar nicht die genauen Preise, aber ich weiß halt, dass sie unter 5 Euro kosten. Und deswegen geht das, denke ich mal, klar. Das sind auf jeden Fall große Favoriten von mir, weil die wirklich auf dem Auge auch super traumhaft aussehen. Ja, machen wir weiter mit meiner Lieblings Eyeshadow Base. Und zwar ist diese hier von Rival de Loup. Und zwar, ja, ich glaube, das ist das normale Rival de Loup und nicht das Young Sortiment. Jedenfalls ist es so eine cremige Base, sozusagen mit so einem Applikator. Die kommt dieser von Essence, der Isle of Stage, sehr nahe. Aber ich persönlich finde die noch besser. Die ist so ein bisschen getönt, wie man hier auch sieht. Und ja, sie neutralisiert auf dem Auge einfach so ein bisschen. Ist mir zwar auch ein bisschen zu dunkel, aber wenn der Lidschatten draufkommt, ist das egal. Das sieht man dann nicht mehr so. So sieht das Ganze verteilt aus. Also sie hat eine super Haltbarkeit. Also das ist für mich wirklich die beste Base, die es gibt. Ich weiß, dass es immer sehr subjektiv ist. Je nachdem, wie das Auge halt beschaffen ist, wie es ölt und so weiter und so fort. Aber ich habe wirklich so viel getestet. Ich habe Art Deco getestet. Ich habe Essence, P2, Catrice, Urban Decay. Ja, ich habe eigentlich alles Mögliche getestet, was es so gibt. Und ich finde sie wirklich am besten. Und sie kostet, glaube ich, 2,25 Euro oder so. Da kann man echt nicht meckern. Und sie hält ein, zwei Monate auf jeden Fall. Deswegen, sie ist für mich die beste Base. Und ja, da kommt keine einzige ran, die ich sonst so ausprobiert habe. Deswegen auf jeden Fall ein klarer Favorit von mir. Kommen wir zu den nächsten Produkten. Und das sind auch zwei, aber sie gehören irgendwie zusammen. Und zwar sind das diese Pinsel von Essence. Das ist einmal hier der normale Lidschattenpinsel. Und dann der Smoky Ice Pinsel. Und wie gesagt, die sind von Essence. Und ich schmiere gerade alles voll. Egal. Jedenfalls finde ich die wirklich gut. Das sind meine liebsten Lidschattenpinsel. Der hier, der Lidschattenpinsel, also der normale, der kann ein bisschen kratzen. Also da gibt es wohl solche, die kratzen und welche, die nicht kratzen. Ich habe jetzt das Glück, dass... Ich habe... Wie viel habe ich von denen? Fünf Stück? Vier davon kratzen, nicht einer kratzt. Deswegen, ja, muss man da, denke ich, ein paar probieren, bis man einen hat, der nicht kratzt. Und dieser Smoky Ice Pinsel, der hier, der ist einfach so schön von der Form her, dass er super in die Lidfalte passt, einfach um da die dunkle Farbe aufzutragen. Also die sind wirklich ein Traum. Die kosten 1,25 Euro. Das ist so günstig für so gute Pinsel. Also ich finde sie wirklich super. Und ja, ich habe auch ein paar andere Pinsel. Ich habe welche, ja, von Urban Decay oder von, was weiß ich, Ebelin, Alverde, wie sie auch alle heißen. Und ich finde die wirklich gut. Ich habe zwar noch nie einen Lidschattenpinsel oder so von MAC oder sowas gehabt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, für mich reichen die aus. Und ich finde sie sehr super und ich kann sie sehr empfehlen. Es gibt wahrscheinlich natürlich was Besseres, aber ich habe es nicht und deswegen kann ich sie sehr empfehlen. Wir hatten gerade kurz Stromausfall. Da ging das Licht aus und direkt wieder an. Also sehr interessant. Ich will nicht wissen, wer da wieder irgendeine Leitung angebohrt hat. Wie auch immer, machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar ist das dieser kleine Kajal hier. Der ist super gut benutzt von mir und deswegen sieht er auch so klein aus. Der ist von Manhattan. Ich mache ihn mal auf. Also so sieht er aus. Ich weiß nicht, ob man das noch so gut erkennt. Jedenfalls ist das der Kohl-Kajal-Eyeliner in der Farbe Snow Bunny. Also ich halte es mal hier hin. Vielleicht kann man es irgendwie erkennen. Jedenfalls ist das ein weißer Kajal für die Wasserlinie. Also ich benutze ihn für die Wasserlinie. Und ich finde ihn wirklich sensationell. Ich habe das Problem, dass ich sehr tränende Augen habe. Das heißt, wenn ich was auf der Wasserlinie auftrage, ist es nach ein paar Sekunden weg. Und der hält wirklich ein bisschen länger bei mir. Er hält zwar nicht den ganzen Tag, aber er hält wirklich gut. Und es ist halt wirklich ein schönes cremiges Weiß. Er gibt gut Farbe ab. Und ja, wie gesagt, er hält gut. Und ich habe einen von Manhattan in Wasserfest. Und der gibt erstens bei mir keine Farbe ab. Und zweitens, ja, hält der auch nicht wirklich so gut. Also der hält viel besser als der Wasserfeste. Ich habe auch welche von P2, Catrice und so weiter gehabt. Aber keiner war so gut wie der hier. Deswegen kann ich den sehr empfehlen. Wenn ihr was Gutes, Weißes für die Wasserlinie sucht, ist das auf jeden Fall ein Top-Produkt. Der ist nicht teuer. Und den habe ich jetzt auch bestimmt drei, vier Monate benutzt. Und ich habe noch nie einen Kajal leer bekommen. Und das wird, glaube ich, mein erster sein, den ich wirklich leer bekomme. Den werde ich mir, denke ich, auch nachkaufen, wenn es ihn noch gibt. Ich hoffe es sehr. Wenn nicht, ignoriert das. Naja, machen wir weiter mit der letzten Kategorie. Und das ist Blush. Und ich bin ja so ein totaler Blush-Fan-Freak, wie auch immer. Und da konnte ich mich nicht entscheiden. Und deswegen habe ich da zwei Marken genommen. Und das ist einmal, die habe ich euch auch schon im Favoriten-Video gezeigt, von Essence, diese Blush-Up-Blushes. Und dann von Catrice, die normalen Defining-Blushes. Die sind auch super gut. Und das hier ist jetzt die Farbe Love & Peach. Und Moment, ich muss es mal anders halten. Also es ist die Farbe Love & Peach. Ich habe jetzt diese hier ausgewählt, weil ich die Hoffnung hatte, dass sie irgendwie jedem steht und dass jeder damit zurechtkommt. Ich glaube, dass es eine der beliebtesten Farben ist. Und ich hatte gerade Schwierigkeiten, das aufzubekommen. Naja, ich swatche euch die jetzt auch mal. So sieht es im Fändchen aus. Und es ist wirklich so ein schöner Peach-Ton mit einem Hauch von Pink aber noch. Also sehr tragbar auf jeden Fall. Und ich finde ihn wirklich schön, da ist er. Und ja, er sieht einfach traumhaft aus. Und er lässt sich gut verteilen. Er ist einer der einfacheren von Catrice. Also in der Handhabung. Und ja, deswegen, die sind wirklich super. Da gibt es auch viele verschiedene Farben von. Ich habe auch einige. Aber ich wollte mich jetzt nur auf einen beschränken. Ja, dann habe ich noch die Blush-Up-Blushes von Essence. Und zwar einmal in der Farbe, ähm, ja, Moment, wie heißt das? Pinky Flow. Und ja, das andere ist die Farbe Heat Wave. Und das ist halt einmal ein Pink-Ton und einmal, ja, eine Art Orange, Koralle, Peach, wie auch immer Ton. Und das sind, Moment, ich habe schon mal wieder Schwierigkeiten, die Dinge aufzubekommen. Also das sind so Verlauf-Blushes. Das heißt, die haben einen Farbverlauf, erkennt man jetzt hier auch, denke ich mal. Und man kann entweder den Verlauf auftragen, beziehungsweise so eine Mischmasch-Farbe oder halt die einzelnen Farben entnehmen. Ich benutze immer so eine Mischmasch-Farbe. Und die swatche ich euch jetzt auch mal eben. Also die Mischmasch-Farben. Wenn ihr euch für die einzelnen Farben interessiert, dann, ja, lege ich euch mein Favoriten-Video ans Herz. Da habe ich die nämlich versucht einzeln zu swatchen. Ja, das sind hier die Farben geswatcht. Also, Moment, das ist einmal hier der Pink-Ton. Und das hier ist der Peach-wie auch immer Ton. Und der Pink-Ton ist so ein bisschen Neon. Also der leuchtet auch auf der Wange. Allerdings nicht unschön. Also, ich finde es noch sehr schön. Es leuchtet zwar ein bisschen mehr, aber es sieht trotzdem noch einigermaßen natürlich aus. Einen peachigen Ton kann ich euch noch ein bisschen mehr empfehlen als den, ja, pinken, weil er einfach noch viel natürlicher aussieht. Aber für Leute, die so sind wie ich und es gerne auffällig mögen und auch gerne so ein Blush-Balken mögen und sowas, kann ich euch den hier auch empfehlen. Der ist wunderschön und die sind von der Qualität wirklich gut. Und ja, ich habe jetzt den ganzen Arm und die Hände und alles voll. Naja, das war mein Top 5 unter 5 Video oder beziehungsweise unter 5 Euro Video, wie man es auch immer nennen mag. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut und tschüss! Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal.